So habe ich Also das heißt Garen und Kha'zix sind Premades Das heißt Kha'zix, wenn Kha'zix aus der Mitte verschwindet, sofort Bescheid sagen Ja, ich bin ja nicht Mitte Aber ich nehme den Hucke Ich bin das Ding unter dem Bett, sagt der Trash Willkommen in Summoner's Rift Er hört zu Wie heißt das nochmal, wo ich immer raufgehe? Weiß ich nicht Das ist doch selbst Lolking? Ne Okay 30 Sekunden bis die Minion zu sparen Ahoy Ahoy Das Ding ist, man muss das halt wissen Jetzt wissen wir halt Kha'zix Ne Äh Also das ist Bottom, ne? Das wird so schwer gegen Garen, ich bin so squishy Digga, der chargt mich aber mit Q an und haut mir so einfach sein E rein Und ich kann nichts dagegen tun Weil er macht halt mit Q einfach mal und zieht mir einfach mal das Leben aus dem Körper Weißt du, wie ich mein? Ich hasse die neue Stimme von Gangplank, die war im Dings viel geiler Früher, die haben die ja geändert Alter Alter, das war ein... WTF? Hat der... Alter, wie viel Amor hat der denn nur? Das war nicht mal ein Crit Faggot Du Faggot, alter Ach, ich raste aus, ich hab den Last Hit nicht gekriegt Ach, ich raste aus Miss, 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 miss Hmhm Six ist tot Er lässt pushen Er lässt pushen, äh, Bottom Garen lässt pushen, weil ich merke, er ist doch ein Faggot Weil immer, wenn er mit seinen Q kommt, mach ich einfach meinen Q auf ihn und dann wird er geslowt Ich geh erstmal B, hab keinen Bock jetzt hier gegangt zu werden und dann hier für das Platz zu sein oder zu sterben Marty, gleich ready, ich bin Level 5, wenn ich Ulti hab, sag dir Bescheid, wenn ihr unten Hilfe brauchst, sagst du mir Bescheid, ne? Ja, den lassen pushen Jaja, weil sie wollen gegangt werden Du hast ja Warts noch, ne? Ne, hast du nicht Aber das, was ich jetzt schon wieder sehe Was ich jetzt schon wieder sehe ist Dass Sejuani nie top kommt Jetzt kommt sie endlich top GP habe ich so lange nicht mehr gespielt Das ist so geil mit dem eigentlich Ich habe gepinkt Wie ist er da überhaupt hingekommen? Teleport Ich habe es gepinkt Die sind zu viert unten Jetzt ist mir Margarin einfach richtig weit voraus Das suckt hart ab Jetzt hat er Level 6 Und er hat einfach Brutalisierung Ich liebe diese Ulti so sehr GP Ich liebe diese Ulti so sehr Es ist unglaublich gut diese Ulti WTF Oh Gott, ich habe falsch eingekauft Ja, was hast du geholt? Ja, aber ich wusste, dass die Bottom kommt Das war so klar Ich konnte nichts machen, Alter Ja Alter, Sejuani, gehst du drauf oder Was warst du? Die bleiben die ganze Zeit hinter dem Minion Da kann ich mich schrubben, Alter Ja Ja Ja, der letzte Q war ein verfickter Crit Ich raste aus, Mann Nice, Alter Dieser Scheiß Garen, Alter Alter Alter, der letzte Hit war echt ein Crit Und ich habe ihn noch getötet WTF So Lack, Mann Oh, K6 kommt Oh, und Sejuani Ah, ich gehe oben fahren Okay, ich gehe mal erstmal weg Bitte sei jetzt nicht da drinnen Ich habe... Scheiße, Alter Kommst du weg? Ja Die haben komplett auf Astral gefokust Ich konnte nichts machen Oder so Tej Tej Sieh Sie kommt nicht einmal Bottom ganken Ja warum sagst du ihr denn nicht Sie soll mal bitte kommen Digga sie checkt nicht dass ich B muss Er will mich halt unbedingt aus der Reserve locken ne unbedingt Digga die Sejuani soll doch mal hochkommen ich raste raus Ja ich muss B ich hab keine Ahnung mehr Ich hab genug Armored gegen die Sie counter jungles lieber Obwohl Bot eigentlich Hilfe braucht ne Ich komm mit meiner Ulti gleich Botlane Oh mein Gott Ezreal Warte Oh mein Gott was für ein Faggot Was für ein Faggot Ohne Witz Ja Ich hab sie So schlecht und jetzt ich sag Ich sag Sejuani komm bitte hoch Ich brauch da oben den Der Tower darf nicht weg was passiert Was passiert Digga Sie geht nicht hoch Ich hab jetzt Ich hab jetzt Ich weiß nicht wie oft ich gepinkt habe Ja und jetzt sterben sie Ja Ne bei mir ja auch nicht nur einmal war sie halt da Und jetzt kriegen die ein Shutdown nach dem anderen weil die so fallen Das verstehe ich halt jetzt nicht Na der jumpt einfach weg Äh der Faggot Leute macht das Suicide? Ja Ja Ah Top ist Miss ne Immer noch Miss Ich kann gleich sagen ich werde Garen alleine nicht schaffen Ist einfach definitiv klar Wir werden Bottom nicht zusammen schaffen Ja warte Los 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 Ulti So gehts Yo ho 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 And a bottle Room Rooms So Gp ist so geil ich hab die Ich hab den auch so Ewigkeiten nicht mehr gespielt ne Die alte Landratte Ich hab ihn Nice Super gemacht Richtig geil Nito Hau du ab Garen is Miss Alter Ah da ist er ja Geh mal bottom mit dem He Bottom Braucht Hilfe Ich geh top erstmal machen jetzt Wenn Bot Hilfe braucht kommt meine Ulti Ist ja nicht das Problem Aber gut angepeilt he? Wo er jetzt mal war Ja ja Zum Glück Gut angepeilt Jetzt hab ich dich reported Wegen retarded Wegen retarded Ja Abs Wenn irgendwas unten ist sagst du bescheid ich komm dann sofort mit der Ulti Jo ho 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 And a bottle of Room Wo hat unseren Jungle Alter da hätte er dich fast gehabt ich komm jetzt auch runter Ja Noch nicht so aggressiv Nicht so aggressiv Nicht so aggressiv Du pusht ihn down und dann weiß er genau ah ok da passiert gleich was Verstehst du? Ja Die haben Wards Ja die haben Wards Ja dann lass uns doch den Tower machen oben Hä? Pass auf dass du nicht ge ge-grabbt wirst Ich kann nicht so nah ran Au Tower geht natürlich auf mich Oh da oben Komm weg komm weg komm weg Kommst du weg? Ja Ich komm hier runter Halt ihn halt ihn huck ihn huck ihn huck ihn ran Huck ihn ran Pass auf wegen Blitzcrank Pass auf wegen Blitzcrank Komm Komm Siehste? Perfekt zeig ich doch einfach rauf da alter Auf die Ja ist das scheiß egal Auf Auf Oh kommst du raus? Ja Ausgeflasht Komm ich geb bisschen Dings Movement und Attack Speed Movement und Attack Speed GP ist so geil WTF In meinen Händen sind alle Champions geil Was machst du? Das war jetzt Das war so ein Fail Wenn du ihn huckst kriegst du doch Agro man Mh Hab ich ihn bekommen? Hab ich ihn bekommen? Oh mein Haha I hate those guys Bang Haha Schon geil mit GP alter Oh Six Pass auf Ich ping lieber hundertmal weißt du Mir ist das scheiß egal ob das den anderen Leuten auf die Eier geht Ich ping lieber hundertmal bevor ich da irgendwie was Äh Falsch mache oder der gekillt wird Da hätte ich nämlich gar keinen Bock drauf Wo sind die denn WTF? Keine Ahnung Flash, Ignite, alles ready Warum geht sie jetzt schon wieder in den anderen Jungle? Ja Die Ulti er wusste nicht wo er hingeht soll Oh Botlane kommt auch hoch Ja und lass sie doch hoch kommen Kriegt auch noch auf die Fresse Ja komm lass uns doch mal gucken was die Botlane so zu sagen hat Ja die will baiten, sie will baiten, sie will baiten Sie will baiten Siehst du? Auf Korki Auf Korki Und jetzt auf Defots Oh alter die Ulti Hart oder? Ja Die Ulti ist so hart alter Oh ich hätte eigentlich weh drücken können Dann wäre ich instant raus gewesen Nein, ich habe ihn nicht gecatcht Komm weg, komm weg, komm weg Ja Dead Range Bam Na ich weiß nicht Digga Da ist Kha'zix auch noch Außerdem habe ich keine Ulti, weißt du was ich meine? Ich gehe mal B Oh fuck Oh fuck Oh fuck Ja da kann man nichts gegen machen Du hättest nicht von da hooken sollen Weil du hast Vio auf ihn gegeben Oh weg 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 Oh weg 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 Wow Er hat mich getroffen Wack weg 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 meine item bild jetzt schon an schon eine war mag statics schieft und jetzt habe ich bald noch das andere let me please please let me please 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 du fettes schwein ich bin als dresser bisschen useless nee überhaupt nicht die ulti von dir war eben so geil einfach wtf halt die fresse ist gar nicht useless dein geräte ist useless ja ich habe das gefühl ich kann nix machen warum habe ich nur 390 movement speed das so war ich habe doch nicht phantom dancer sind da alle sind da alle ja und er verfehlt sein da sind alle ne ja ok nee doch nicht gern ist top der ruhe ich komme runter ich komme runter ich habe in fünf sekunden meine old na wo jump dahin ok er jump dahin komm komm krieg ihn hast du ihn bekommen ja ich habe ihn bekommen oh shit ich muss dir helfen oh nein sterb nicht kommen die machen wir jetzt fresh ich bin hier oben verdammt oh scheiße komm runter ich bete sie die ganze zeit da ist kassigst komm er ist immer noch da ja da oben what hurensohn der wegschamter alter oder schweiz garen war auch noch hier ne der ist weg auf einmal ich habe meine ulti nicht deswegen würde ich jetzt nicht engagieren die ulti brauchen wir halt wegen dem overtime damage ja der eigentlich sehr gut ist weil das rettet schon manchmal gut das leben guck mal wie ich ja gewordet habe alter bei dem oh kasi boy ist da ah ich habe mich verraten oh die sind alle da und ja bw ok easy team ok ich komm guck wieviel live k6 verliert guck mal wieviel live k6 verliert ja er hat so viel live verloren mach deine ulti mach deine ulti mach deine ulti mach deine ulti hast du gesehen wie die sich krass druck ist der sofort hm 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 Years hm – Oha, pass auf, Blitzy kommt Von unten rechts Ja, ich glaub's schon Ich muss kurz weg Die Gegner sind alle bottom Bleib weg, Thresh Geh zurück, geh zurück Das ist das Schwein Das kann doch über Wände chargen, ne? Wir müssen auf unsere Citroën warten Geh weg, geh weg, Thresh Du wirst doch gehuckt, Mann Und jetzt hook da ihn WTF, was soll das? Und unsere Citroën ist nicht da Alle laufen, meine Ulti Alle rennen, meine Ulti Alter, wieso läuft das so schnell, das Decke-Fee? Ey, kannst du mir das erklären? Keine Ahnung Alter, wie ich die... Ich bin Gott gleich schon Ich wollte gerade sagen, ich hätte ihn Ezreal nicht gekriegt, dann hätte ich aber echt an seiner Integrität gezweifelt, Alter Aber richtig Digga, ich hab 7-0 WTF Und 112 Assists Bin ich Support, oder was? Wir machen die Übelst platt, unser Team ist richtig gut Das auf jeden Fall, ich muss mich aber nur stark konzentrieren als Thresh Ja, dass man die Hooks nicht verpeilt So, jetzt gibt's noch Phantom Dancer, Alter, jetzt zieh dir mein Item-Bild rein Erstmal Phantom Dancer und danach gibt's dann Atmosphäler Und dann machen wir sowieso den Über-Damage Ich mach, ich bin immer so, weißt du, ich ping lieber 140 Mal anstatt einmal zu wenig Auf jeden Fall Oh, nur noch Crits fast, boom Boom Headshot Nur noch Crits, Alter Nur noch mit seiner Pistole, ey Peng, peng, peng So geil Weil ich brauch jetzt noch Phantom Dancer Und dann hab ich sowieso 100%ig Non-Stop-Crits Dann ballert er nur noch so mit der Pistole, weißt du Bam, 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 bam Oh, er hat Lich-Bain Ich seh das immer, wenn er Lich-Bain hat, dann leuchten die immer so Ja, 6? Ja Ja, unter 6 spielt gut Ne, Lich-Bain siehst du ja, dass er das hat Guck mal, weil er leuchtet, seine Hände leuchten immer rot, weißt du Ey, jetzt ist er violett, das ist Lich-Bain Geh zurück, geh zurück Lieber auf, erst mal auf S warten Wuhu Der mag das, der Kleiner Ja, das mag, au au Hä? Wurden wir, haben wir von irgendwas grad Damage gekriegt? Ja, vom Karten Wir sollten lieber auf S-Rail warten Ich will Joani, guck mal Wuhu Oh, guck mal, da ist die Dicke Kannst du sie noch mal hooken? Und sie haben mich rausgefunden Vorsicht, Garen Alter, keine Ulti mehr, er hat die Ulti gesetzt Keiner fokust mich Keiner fokust mich, obwohl ich Legendary lebe Keiner Junge, ich hab 8-0 und keiner fokust mich Die gehen alle auf dich Blitzcrank ist der einzigste, der unseren AD Carry fokust Der einzigste Guck mal, ich bin full live Mich hat nicht einer gefokust Hit me a little Piss dich Alter, hast du den Crit gesehen? Bam Alter, hast du halt den Crit gesehen? Den Crit WDF, Alter GP for the win, Mann So, ich geh jetzt weiter WDF Merkst du was? Blitzkang WDF nicht Gar nicht, glaub ich Oder nur wenig Teils, teils nur Ich WDF ja komplett aus Ja, aber wir sind auch gerade im Kills Guck mal, ich bin Legendary Gottgleich oder so Höher geht's gar nicht Oh, oh, Situania hat oben gestreift On my way Ah, sie ist down Ah, schade Ah, ich komm auch Bleib da, komm Six ist auch da Meine Ulti ist jetzt auch wieder ab Genau jetzt Ah, da laufen sie, die Faggots Ich glaub, die sind da Komm weg Weil wir haben keine Vision nach da vorne Ich geh nirgendwo rein, wo ich keine Vision habe Ja, K6 hier Ah ja, ich seh's Oh, 6, 6, 6, 6, 6, 6 Scheiße Die Ulti sollte ihn eigentlich saven Kacke Chichiwani haut ab Die kämpft gegen mich und haut das ab Stopp, was? Scattering Was soll Dutton heißen? Oh, die haben Worte Warte, ich mach mal kaputt Haha, mein Gott Du, du Faggot Du Faggot Ich geh mal kurz bei Die kommen bestimmt hier rum Oh, schon wieder Situani Die weiß, wie man Probleme findet Vielleicht möchte sie ja auch die Probleme Komm, ich schnell Six läuft, weil ich ihm meine Ehe gegeben hab Guck mal, wie Eier Bom, 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 bom Das sieht so geil aus Ja In the bottle fall rum In the bottle fall rum Situani, wir werden gleich wieder besucht bekommen Da kommen sie schon Da kommen sie schon Da kommen sie schon Und wo Garen ist, ist der Pre-Mate Kha'Zix nicht lang Ja Kha'Zix ist der Andoran mit seinem Pre-Mate hinterher Merkt man Okay, da ist ein Wort Ja Die sind alle hier oben Na, ich seh sie schon Nee, lass den Ich hab auf ihn nur Druck geschlagen Komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit Pass auf, dass du nicht gehuckt wirst von Blitzboy Blitzboy ist weg So Big Ward runs weg Oh, hast du den Crit gesehen? Ja Ich hab einfach Doppelkill gemacht Schon wieder Oh, hast du den Crit gesehen? Die Hälfte seines Lebens ist weg Durch den einen Kuh, Alter Oh, ne Witz ist das hart, Alter Oh, ich hab mich extra rausgeflasht Gewonnen, Alter PG, ey Ich dachte mal Danke, ne Ciao Tschüss Ich hab mich extra rausgeflasht